Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Rocket League. Mit dabei wieder der Jones, Jonas oder Kuiperia LP auf YouTube. Sag mal hallo. Hi! Du bist ja auch in meiner Videobeschreibung. Ja, ich mag zehnmal in der Beschreibung stehen. Zehnmal? Okay. Ich mach's, ne? Nee, nee. Sonst ist es wieder dann überall. Es ist schon ziemlich krank. Ich hab mal mit Ivan aufgenommen, mit Let's Playban. Und der hat wahrscheinlich meinen Namen so oft geschrieben in die Texte. Wenn man jetzt Kuiperia LP in YouTube eingibt, dann kommt als erstes drei Videos von ihm mit mir. Lol. Total krank. Wer ist denn das? Kenne ich den? Ich weiß es nicht. Es könnte sogar sein. Ist der bekannt, oder? Ja, 300 zu ungefähr. 280 Abonnenten. Der redet ja noch. Ich hab eigentlich einen übelsten Fehler gemacht, aber ich wollte jetzt nicht zu viel vorproduzieren. Ich hab jetzt manchmal zwei Videos am Tag. Und, äh, ich merk schon irgendwann wird das nicht mehr gehen. Nice, das ging ja schnell. Das ist ja immer ziemlich dumm, wenn man aktuell Videos machen soll, aber dann... Ja, ich brauch nur noch zwei Videos für Donnerstag und Freitag. Aber alle anderen Videos sind live, sozusagen. Live. Live in Action. Live in Farbe und HD und aktuell. Das lustige ist, bei mir kam noch keine, ähm, Rocket League Folge von uns jetzt online bisher. Hab ich gesehen. Die kommen ab übermorgen. Bei mir kommen sie schon lange. Mhm. Ich komm nicht mehr nach, äh, mit der Kategorisierung der Videos. Denn, immer wenn ich ein Video aufnehme, dann, zum Schneiden, muss ich die auch speichern. Dann benenn ich die nicht nach der Folge, sondern irgendwie so, damit ich, äh, speichern kann. Dann kommt so eins, eins Komma, fünf, drei, fünf, eins, zwei, drei. Noi. So benenn ich die denn. Wir liegen 1 zu 0 zurück. Das ist ja cool. Ja, es wird aber jetzt das Tor. Ohne dass wir was dafür können. Das ist Rassismus. Rassismus. Den machst du. Nein. Nein. Der, der ging rein. Das ist, das ist ne optische Täuschung. Mach mitte. So. Naja. Geht so. Ach du, der geht über die Bande. Übrigens, es liegt daran, dass wir kein Ranked spielen, da die Ranked Server grad down gefahren sind. Ja, die werden tatsächlich zurückgesetzt. Und dann kommt unsere neue Serie, die wir später veröffentlichen werden. Mhm. Ich hoffe, das wird was mit unserem Plan, aber ich würde mal sagen, so viel gut sind wir nicht. Ja. Ab tausend Folgen kann man das dann mal abbrechen. Ja, ich denke... So viele Folgen werde ich vielleicht nicht hochladen. Von einer Serie. Ich werde auch manchmal so einfach spielen. Ja, ich weiß nicht, solange einer mal aufhören, passt das ja. Ja. Die Serie ist für uns beide dann gut. Wuhuuu. Nein. Ganz gedreht. Lol. Ja, es ging ja schnell. Oh, der ist Veteran und Profi. Lol. Der müsste eigentlich besser sein. Oh, ich hatte heute einen übelst geilen Torschuss gehabt. Da bin ich geflogen und von Weitem und es leckt gerade. Ja. Das sagt wirklich gerade. Ah, jetzt geht's. Ja, und da habe ich aus der Luft ihn getroffen, der war so übelst geil. Ich habe mich aufgenommen. Ich habe ein Replay gespeichert, weil ich habe auch nicht aufgenommen. Ich habe heute das geiste Tor, glaube ich, erzielt, das ist in Locked League erzielt bis jetzt. Oh, der hat mich weggerammt in der Wahl rauszutun. Nein. Ich habe geschossen. Rache. Also, ich habe geschossen, der Ball ging fast senkrecht gegen die Wand, äh, ne, gegen das Dach. Wollt der dich hier weggedrückt? In dem Fall, er ist jetzt tot. Ich habe mich in der Achse erwischt. Okay. Und dann habe ich, ähm, Lüpf, Lüpf. Ja, Tor. Nein, Latte. Ist auch easy. Latte treffen. Okay. Das war gerade ein sicherer Torschuss, eigentlich. Aber, ich mache die auch nicht rein. Ich habe doch wirklich nicht von vorne gekommen. Nein. Ich muss die Folge auch von heute mal ansehen, die heute kommt. Die ist jetzt schon online. Das nennt sich Achstor, diese Folge. Aber, da habe ich so geile Tore geschossen. Die war ja mal so geil. Arschhöle Tore. Ne, sieh die mal an. Oh, nice. Wuhuuu. Wär echt geil, dieses Tor. Danke. Richtig schön. Vor allem spitzen Winkel. Rein. Wreckt. Also, dafür, dass ich jetzt eigentlich 3 einstellen müsste, ist das eigentlich ziemlich spannend dann jetzt. Ne, geht nicht. Ich wäre da sogar hingekommen, glaube ich. Wäre das Tor gegangen. War nämlich ein Kreuzeck. Loll. Der erste Mal gewesen, dass ich den Champion wirklich perfekt eingesetzt hätte. Nein. Loll. Loll. Wir haben alle gefailt. Ja, Mann. Ich habe wirklich nicht getroffen. Das war nicht sein Ernst. Ne. Mach ihn. Den machst du. Ne, ich wollte ihn jetzt erstmal klären. Aber jetzt kann ich ihn machen. Oh, wieso springt der jetzt hoch? Egal, ist drin. Ich wollte hier nochmal reinrasen, aber ich habe da leider nicht getroffen. Heetrik. Ich habe einen Heetrik. 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 Sorry. Danke. Knapp. Wow. Insane. Insane. Hey. Ich habe noch nicht mal geschossen. Ich bin einfach nur gegen Ball gesprungen. Ja. Das sind die geilsten Tore. Die erwartet man nicht. Ich wollte schon ein Tor erzielen, aber ich hatte Angst, dass ich dann wieder vorbeischieß. Machen die jetzt rein oder nicht? Schon oft genug passiert. Nein. So reiß ich zusammen. Es geht nur um Spannung hier. Ja, Spannung. Spannungsbogen. Bist du da oder? Gut. Fuck. Er kommt nicht dran. Nice. Was machst du? Ja, ich dachte er schießt hoch. Ups. Bin dann gesprungen. Dann ist er doch nicht. Das wird eine Vorlage. Was? Ich war dran. Ja, ich war fast dran. Fast. Fast. Hab den übelst verkackt. Tut mir leid. Klingt von mir knapp des Jahres. Oh, so knapp war es gar nicht. Na, geht. Hatte schon noch einen kleinen Abstand. Der könnte eine gute Vorlage werden. Ah, da kommt eine Schraube. Ich wollte eigentlich einen Frontflip machen. Nice. Was? Kriegst du in der Mitte? Ja. Ich hab den Ball nicht. Ich kann ihn versuchen, ja. Hm. Ein schlechter Versuch. Komm, jetzt noch ein Tor. mal raus. Das war das Weg. Ich hab den Ball nicht. Ah, weggedrückt. So, ich bleib. Kunstdefensiv. Lüpf, blüpf. Oh, ich will es probieren. Schick, ja. Nice. Oh. 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 Oh, Gott. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich hätte früher springen sollen, aber dann sieht der Ball noch so weit weg aus. Dann auf einmal ist es ja vor dir, dann kannst du nicht mehr springen. Ich glaube, mit Doppelsprung kommst du da sogar nicht mal hin. Ja, ich wäre doch hingekommen, wenn ich früher gesprungen wäre, aber das konnte ich ja nicht riechen. Du musst jetzt besser riechen. Riech dich doch mal an hier. Sniff das Spiel. Wette Toome. Ey, du hast einen schlechteren Ping als ich. Ja, nee, jetzt nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich den schlechteren. Der Ping hat das gehört. Mein Boost. Danke für die Fastenmitte von dir. Nein. Die Fastenmitte. Das ist unsere Revanche und diesmal haben wir nicht dieses eine Tor. Eigentlich hätten wir gewonnen, weil wir hatten ja vor allem. Ein Torvorsprung. Sehen wir es so, wir haben gewonnen. Lass. Ich hätte ihn nach links gemacht. Verrückt, Sia. Lass ihn mal machen, lass ihn mal machen. Oh, ich dachte, er trifft den Ball nicht. Geht der? Oh, Latte. Oh, Latte. Ach, komm schon. Warum hast du ihn nicht reingemacht? Zweimal Latte. Der geht rein. Nein, nein, er geht nicht. Damit kann man ja Vögel abschießen. Der geht rein. Oh mein Gott. Nice. Nice, Herr Gule. Guter Schuss, danke. Kein Problem. Nein. Nein. Ich habe ein Tor geschossen. Den kann ich nur. Loll. Ich wollte dieses scheiß Nitro einsammeln, dann schaffe ich es noch nicht mal. So, jetzt. Ja, sie treffen mich. Ich habe ihn, ich habe ihn. Passt. Der geht. Nein, er kriegt den. Oh, ich muss niesen, die Leicht. Nee, mich schubst du nur. Ah, kratzen. Oh, meine Nase. Geh, du bist hinten. Oh. Nice verlängert von ihm. Ah. Viel zu hoch. Es reicht, wenn du mich zweimal verlinkst. Ey. Aber. Dann mag ich auch, dass ich noch von dir die Hälfte deiner YouTube Einnahmen bekomme. Welche Einnahmen? Ich habe festgestellt, extrem viele YouTuber, die jetzt ungefähr meine Abonnentenklasse haben. Was eigentlich nicht viel ist, ungefähr. Okay, ist schon viel. Wenn du überlegst, wie viele Menschen es sind. Aber. Vergleichweise. Extrem viele Leute, die ich da kenne. In dem Bereich. Die machen schon Werbung. Ja, ich könnte. Ich mache auch Werbung. Aber unbewusst, weil ich das nie auskreuze. Da kommt ja auch schon Werbung. Aber ich kriege es nicht. Nichts dafür. Ja, ich habe mal kurz Werbung angestellt. Aber nur für ein paar Sekunden. Und ich habe kein AdSense-Konto. Ja, ich habe auch kein AdSense-Konto. Ich bin auch kein 18. Und sowieso, ich mache YouTube ja nur zum Spaß und nicht als Einnahmequelle. Ja, ich habe am Anfang auszusehen auf meine neuesten geplanten Videos, die monetarisiert auszusehen. Keine Ahnung wie. Und, ähm. Ich wollte es nochmal machen, um zu testen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, toll. Ich mache das eigentlich nicht. Aber, ähm. Naja. Machst du den? Ich weiß nicht, ob es dich überhaupt lohnt, in der Klasse jetzt unbedingt Werbung zu machen. Ja, ich mache es ja nur zum Spaß. Ja, ich habe es auch irgendwann mal einen Beruf und ich will nicht ja hauptruflich YouTuber werden. Dafür mache ich nicht so viele Sachen, die angeschaut werden. Ich spiele ja What Good League oder so. Ja, ganz ehrlich, aber wenn es jetzt ergibt, dann glaube ich, dann wird jeder das machen, oder? Dann mache ich vielleicht auch so Gewinnspiele. Naja, dann machst du so Gewinnspiele. Eine X-Box. Eine X-Box. Ja, das wird auch manchmal gemacht. Äh, wir gewinnen gerade. Cool. Komm, nehm ihn. Also, wenn ihr Abonnenten braucht, dann macht einfach ganz viele Gewinnspiele. Oh ja, das hatte ich mal. Oh, der geht. Oh. Das hätte ich mal gesehen. Da hat einer, da hat so keine Ahnung, 10 Abonnenten, ne? Ja. Ähm, der hat so gemacht, ja, 20 Euro Paysafe-Karte, so. Und auf einmal, ein paar Tage später, gucke ich da rein, das Video hat übelst viele Klicks und auf einmal hat er da 500 Abonnenten. Ich so, was, das kann doch nicht sein. Dann gucke ich so, äh, für sein Gewinnspiel, muss man ihn abonnieren, weiter, äh, teilen und so. Und Kommentar schreiben. Äh, ich muss auch noch was sagen. Und trotzdem macht er nur so 5 Aufrufe pro Video. Mit so vielen Abonnenten. Ja, ich muss sagen, ähm, ich kannte einen YouTuber, der hat ein Gewinnspiel gemacht, PS4, dann noch irgendein Luxus-Gram, hat da einfach alles verkauft. Ja. Äh, nicht verkauft, sondern ein paar, vier Sachen auf einmal. Gewinnspiel gemacht. Äh, und zwar als Fake sozusagen. Und hat dann irgendwie Abonnenten gebotet, keine Ahnung wie. Einfach so zum Fake. Ich habe jetzt keinen Kontakt mehr mit denen, weil ich das ziemlich scheiße fand eigentlich. Der geht. Aber gut. Also das könnte sein, dass das auch der Fall war. Oh, ist das gut. Ich habe aber davon nicht mehr gewusst, äh, dass das überhaupt, äh, ich habe zunächst einfach nicht mehr gewusst, dass man einen Abonnenten bocken kann, also. Ja, das kläht, das geht. Man kann auch, äh, Clickbot und so. Man kann alles bocken. Ja, aber wie geht es denn, wenn man einen Abonnenten bockt eigentlich, wie soll das gehen? Sind es einfach irgendwelche Menschen, die dich denn abonnieren, oder ist das so was? Das gibt es auch. Lol, ist ja nicht drin. Es lag, scheiße. Ja, was ist der Unterschied zwischen, oh, ich habe ein Tor geschossen, aber es zählt nicht. Ja, es lag gerade übelst. Nice. Solange wir noch gewinnen. Achso, ja, die machen ja gerade die neuen Server, legen die gerade auf. Du kannst da, dass es kurz lag. Egal, wir haben ja gewonnen. Also, ich kann mir nicht genau vorstellen, wie das gehen soll. Sind es da einfach Accounts, die erstellt werden, oder sind es einfach Real-Life-Personen, die das da machen? Ich glaube, es gibt es so oder so Real-Life, die dafür bezahlt werden, oder eigentlich Roboter, wie ein Bot. Also, was ist Roboter, das ist dumm erklärt, aber einfach ein Programm, wie ein Plug-in, wo das Video dann abonniert wird oder geklickt wird. Ranked, die Ranked-Dinger sind weg, aber die Stats sind noch da. Okay. Na, mach noch eine Runde. Obwohl, ich beende diese Folge. Mit dieser geilen Runde, wo wir echt gut gewonnen haben. Der Creeperior ist, wie immer, in meiner Beschreibung verlinkt. Vielleicht auch zehnmal dieses Mal. Ich glaube auch nicht. Das wird keiner lesen. Dann sage ich mal Tschüss. Und hoffe, wir sehen uns bis zum nächsten Mal, bei der nächsten Folge, die gleich aufgenommen wird. Ciao.